In diesem Video zeigen wir, wie mithilfe des Formelpro-Gala-Systems Platten- und Pflasterverlegung die Bettung, Verlegung und Verfugung von Terrassenplatten schnell, einfach, sicher und fachgerecht durchgeführt werden, wenn als Untergrund eine Schottertragschicht vorhanden ist. Das Formelpro-System Platten- und Pflasterverlegung ist eine sorgfältig durchdachte Zusammenstellung von Produkten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. So wird ein optimales Ergebnis ermöglicht. Zunächst wird das Formelpro-Gala-Universalfugenbandlose an die Fassade angehalten. Um es vorläufig zu fixieren, wird zunächst einfach etwas von dem Schotter vor dem Band aufgeschichtet. Später wird es von dem Gewicht des Mörtels und der Terrassenplatten gehalten. Formelpro-Gala-Universalfugenband kann einfach mit einem Sicherheitsmesser zugeschnitten werden. Jetzt kann der Formelpro-Gala-Drainage-Mörtel angemischt werden. Hierzu verwendet man beispielsweise einen Zwangsmischer oder einen Handrührer. Auf ein 25-Kilo-Gebinde des Mörtels kommen je 2 Liter Wasser. Diese können mit einem Messbecher dosiert werden. Noch einfacher ist es mit einem elektronischen Wasserdosiergerät. Sie sollten immer zuerst das Wasser in den Behälter einfüllen und anschließend das Material, damit sich der Mörtel besser vermischt und nicht am Rand festklebt. Anschließend wird der Formelpro-Gala-Drainage-Mörtel zugegeben und dann mit dem Wasser verrührt. Dabei sollte eine formbare plastische Masse entstehen, die aber dennoch locker ist. Hier empfiehlt es sich, den Rühraufsatz sofort in klarem Wasser zu reinigen. Dann kann damit begonnen werden, den fertig angemischten Drainage-Mörtel auf der Schotter-Tragschicht aufzuschichten. Dieser sollte je nach Tragschicht eine Schichtstärke von mindestens 6 bis 7. Nun wird mit einer Abziehlatte eine ebenmäßige, waagerechte Fläche hergestellt. Sobald Sie auf diese Weise genügend Fläche für das Verlegen der ersten Reihe Terrassenplatten geschaffen haben, wird die Formelpro-Gala-Haftbrücke benötigt. Für ein 25-Kilo-Gebinde Formelpro-Gala-Haftbrücke werden 6,7 Liter Wasser benötigt, die mit einem langsam laufenden Handrührer vermischt werden. Zum Schutz des Untergrunds sollte dabei eine Folie untergelegt werden. Nach einer kurzen Reifezeit wird die Haftbrücke nochmals aufgerührt. Diese kann nach dem Anmischen ca. 60 Minuten lang verarbeitet werden. Deshalb sollten Sie die Haftbrücke gleichzeitig mit dem Bettungsmörtel und je nach Bedarf portionsweise anrühren. Danach sollte der Rührer direkt in klarem Wasser gereinigt und zusätzlich mit einem Schwamm abgewischt werden. Die Haftbrücke wird mit einer Zahnglättkelle auf der Rückseite der Terrassenplatten aufgetragen. In diesem Fall werden Casafino Keramik-Terrassenplatten in Nussbaumoptik verlegt. Die Zahnspachtelung sorgt dabei für eine bessere Verkrallung der Haftbrücke in den Mörtel. Mit dem Simplex Schonhammer können Sie die Lage nachjustieren. Casafino Fugenkreuze stellen die gewünschte Fugenbreite sicher, die je nach verwendetem Pflasterfugenmörtel unterschiedlich ist. Für Formelpro Gala Pflasterfugenmörtel Keramik und Pflasterfugenmörtel 1K sowie auch Zement sind dies mindestens 3 mm. Im Falle von Formelpro Pflasterfugenmörtel 2K sind mindestens 5 mm nötig. Hier sieht man, wie gleichmäßig und tief sich die Formelpro Gala Haftbrücke mit dem Mörtel verbindet. Auf den Rückseiten der Terrassenplatten werden an den Rändern ca. 2 cm freigelassen, damit die Haftbrücke keinen Kontakt zwischen den Platten hat und Regenwasser weiterhin gut versickern kann. So arbeitet man sich Reihe für Reihe vor, bis die gesamte Terrassenfläche mit Platten ausgelegt ist. Dabei ist es wahrscheinlich nötig, Platten zuzuschneiden, besonders wenn im Halb- oder Drittelverband verlegt wird. Je nach Beschaffenheit und Stärke der Terrassenplatten können hierfür jeweils unterschiedliche Werkzeuge verwendet werden, z.B. ein Winkelschleifer, ein Platten- und Steintrenner oder ein Nassschneidetisch mit geschlossener Trennscheibe. Letzterer ist zum Schneiden von Keramikplatten sogar unbedingt erforderlich. Jetzt ist schon ein guter Teil der Arbeit geschafft und die Terrassenplatten müssen nur noch verfugt werden. Zur Vorbereitung nässen Sie erst einmal die gesamte Terrassenfläche mit einer Sprühlanze ausgiebig vor. Nun kommt der Formelpro Fugenmörtel zum Einsatz. Da wir in diesem Beispiel Casafino Keramik-Terrassenplatten in Nussbaumoptik verlegt haben, ist der Formelpro Gala Pflasterfugenmörtel Keramik Grau die perfekte Wahl. Das Produkt ist gebrauchsfertig und kann deshalb direkt aus dem Eimer heraus verwendet werden. Zum Verfugen werden jeweils einfach ein paar Kellen auf die Platten aufgetragen und dann wird der Mörtel bei gleichzeitigem reichlichem Wässern in die Fugen eingeschlemmt. Am besten mit einem Gummischieber, auch Wasserabzieher genannt. An einigen Stellen kann der Fugenmörtel beim Einarbeiten nachsacken. Dann sollte die entsprechende Fuge sofort nachgearbeitet werden, bis sie vollständig befüllt ist. In dieser Weise wird dann nach und nach die gesamte Terrassenfläche verfugt. Etwa 20 Minuten nach Fertigstellung der Verfugung kann der überschüssige Mörtel mit einem Besen entfernt werden. Der so abgefegte überschüssige Pflasterfugenmörtel muss fachgerecht entsorgt werden und darf nicht wieder in die Fugen eingearbeitet werden. Die Verfugung ist damit abgeschlossen. Jetzt muss der Formelpro Pflasterfugenmörtel Keramik nur noch trocknen. Je nach Außentemperatur ist die Terrasse nach etwa 24 bis 30 Stunden begehbar. Während dieser Aushärtungszeit sollten die frischen Fugen vor starkem Niederschlag geschützt werden. Bei einer Folienabdeckung ist für eine gute Unterlüftung zu sorgen, um Kondenswasser zu vermeiden. Sobald die Platten begehbar sind, kann das überstehende Formelpro Universalfugenband abgeschnitten werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Fassade nicht beschädigt wird. Nach circa einer Woche ist der Fugenmörtel vollständig durchgehärtet und voll belastbar. Bis dahin sollte die Terrassenfläche unbedingt vor Frosteinwirkung geschützt werden. Die Terrassenfläche sollte regelmäßig gereinigt werden, damit die Wasserdurchlässigkeit erhalten bleibt. Bis dahin sollte die Nähe spannend sein. Vielen Dank.